Mit Liedern wie »An guten Tagen«, »Pyramiden« und »Die guten Zeiten« sang sich Johannes Oerding in den vergangenen Jahren in die Herzen vieler Fans. Doch auch im TV machte sich der Musiker einen Namen. So übernimmt er bei »Sing meinen Song«, das Tauschkonzert, die Rolle des Gastgebers. Und saß 2021 sogar in der »The Voice of Germany« Jury. Doch in den vergangenen Jahren hat sich Johannes Oerding äußerlich stark verändert. Wir zeigen dir, wie anders er früher aussah. Anzeige Johannes Oerding postet Kinderfotos bei Instagram. Immer wieder erfreut der gebürtige Münsteraner seine Instagram-Community mit süßen Erinnerungsfotos aus seiner Kindheit. So postete er anlässlich des Muttertages beispielsweise im vergangenen Mai einen Schnappschuss, auf dem er wohl noch ziemlich jung war. Auf dem Bild hält seine Mutter Elke ihn im Arm und die beiden lächeln in die Kamera. Dabei ist kaum zu übersehen, dass Johannes Oerding seiner Mama wie aus dem Gesicht geschnitten ist. Sowohl die Nase als auch das unverkennbare Lächeln scheint er von seiner Mutter vererbt bekommen zu haben. Die Liebe zur Musik entdeckte der Sänger offenbar schon sehr früh. Im Februar 2021 veröffentlichte er ein Video, das wohl während seiner Schulzeit entstanden ist. In dem Clip steht der junge Johannes Oerding mit einer Spielzeug-Gitarre auf der Bühne und synchronisiert dabei mit seinen Lippen den Song. Walking by Myself von Gary More Schon als Kind schien sich der heute 41-Jährige richtig wohl dabei zu fühlen, im Rampenlicht zu stehen. Das entging natürlich auch seinen Follower. Innen nicht. Schon damals war's klar. Der Kleine hetzt drauf. Süß. Und früh übt sich. Schrieben etwa drei Nutzer. Innen in den Kommentaren. Hat Johannes Oerding Ähnlichkeit mit Leonardo DiCaprio? Im März 2019 begeisterte Johannes Oerding seine Fangemeinde mit einem weiteren Kinderfoto von sich. Auf dieser Aufnahme wirkt der Musiker aber bereits etwas Älter als auf den vorherigen Schnappschüssen. Das Bild zeigt ihn am Frühstückstisch. Seine Haare hat er dabei lässig zurückgegelt. Doch der Musiker wirkt auf dem Foto alles andere als glücklich. Er blickt gelangweilt in die Kamera und sieht ein wenig müde aus. In der Bildunterschrift darunter erklärte der an guten Tagen Interpret auch den Grund dafür. Ich war noch nie ein Frühaufsteher. Johannes Community war von diesem Schnappschuss jedenfalls hin und weg. Schon immer sehr süß. Und niedlicher Bengel. Schwärmten etwa zwei Nutzerinnen in den Kommentaren. Eine weitere Followerin findet sogar, dass der Sänger als Kind große Ähnlichkeit mit dem Hollywoodstar Leonardo DiCaprio hatte. Schaust ein bisschen aus wie Leonardo DiCaprio, notierte die Userin in den Kommentaren. Ein anderer Fan stimmte ihr da sofort zu. Das dachte ich mir auch sofort.